yo moin moin zurück auf meinem kanal und zwar haben wir diesmal paar grails ähm persönliche grails ähm grails überhaupt also diesmal haben wir wirklich also ich denke mal diesmal haben wir wirklich bangerspiele ne also nicht so wie sonst immer so ne aber diesmal glaube ich äh schon von daher machen wir es wie letztes mal wir ähm ich zeige euch die einmal kurz und danach gehen wir einmal zusammen durch und ja dann würde ich sagen fangen wir an mit einfach mal mit evil dead evil dead hell to the king habe ich sogar damals gespielt habe ich durchgespielt beide cds ähm fand ich ja war kein bangerspiel jetzt also das ist jetzt aber für mich als evil dead fan muss ich sagen das ding war auf jeden fall ziemlich geil ich habe es gefeiert und wie gesagt es war jetzt kein hardcore bangerspiel und ich kam auch später erstmal gar nicht weiter ich habe dann ich weiß auch im internet café damals damals war es ja alles nicht so easy habe ich nach ewigkeiten mal eine komplett lösung gefunden die ich auf englisch übersetzen gelassen habe und so kam ich irgendwie durch später auf der burg und sowas ja also wie gesagt ich mag aber auch das cover das cover finde ich schon ziemlich cool das wäre das erste spiel dann hätten wir Parasite Eve 2 aber nur in der platinum edition auch field also alles field sagt wir gucken uns das gleich alles noch mal wie gesagt genauer an jetzt habe ich meinen ersten mega grey und zwar silent hill in der erste auflage glaube ich für die playstation 1 das ist auf jeden fall ein banger würde ich behaupten also für mich persönlich auch also das geht auf jeden fall an irgendein grading unternehmen entweder pixel oder vga ich weiß nicht vielleicht geht es auch einfach nach pixel oder zu pixel whatever und ja dann hätten wir den nächsten banger ein bisschen vorsichtig immer mit silent hill 2 in der ersten auflage im schuhe war das teil ist auf jeden fall ultra porno ich hatte das spiel auch damals in meiner eigenen sammlung aber halt verranzt weil ich es auch nur gebraucht gekauft habe für mich aber silent hill 1 und 2 ordentlich also das sind wirkliche banger für mich muss ich echt sagen dass das ist auf jeden fall jugend da passe ich auch immer so ein bisschen auf ja dass da nichts passiert da habe ich ein bisschen bisschen Respekt vor muss ich sagen ja gerade beim silent hill 2 das muss relativ eigentlich schnell weg damit damit auf jeden fall nichts mehr passierte ich bin nicht wie gesagt ich bin am überlegen halt ja gut wann ich es jetzt weg schicke oder halt wohin ich es am ende weg schicke wie gesagt am ende denke ich mal das wird eher so vga oder halt pixel mit vga habe ich halt noch keine erfahrung gemacht also ordentlich mit selber weg schicken und sowas preistechnisch und lieferzeit technisch wie lange das halt alles am ende dauert von daher ja genug geredet wir schwenken um und gucken uns das ganze auf jeden fall noch mal in nah an und ja dann sehen wir auf jeden fall mal weiter ja und da wären wir zurück ich habe es mir jetzt alles ein bisschen zurecht gelegt und wir wie gesagt wir fangen mit evil dead an weil prinzipiell hier habe ich schon mal ein sticker weg gemacht man sieht es ja auch den preisaufkleber quasi hier ist halt ein riss drin ich habe das spiel aber auch relativ ich glaube für um die 60 euro bekommen ist halt alles nicht in mega zustand aber ganz ehrlich ich hab's halt ne das ist halt ist halt der unterschied ne einmal evil dead ich sage ja man sieht hier die typischen spuren aber wie gesagt dass es zielt und damit geht es mir dann auch schon ganz gut ich habe erst gedacht ob ich nicht vielleicht handschuhe anziehe ich denke wenn ich ein bisschen aufpreise und so dann geht das schon weil mit handschuhe rutscht mir das hier sieht man einmal so ein riesen snatchen hanschu fliegt mir das vielleicht einfach mal aus versehen oder rutscht mir aus den fingern und sowas ne man kennt es ja und deswegen dachte ich mir bevor hier mit irgendwas passiert gerade mit den gerade mit den schaden hier also bin ich immer ultra vorsichtig dass ich halt nicht rankommen oder sonst irgendwas das wird auch nicht großartig bewegt ja das das bleibt dann da liegen erstmal bis ich das dann weg schicke und dann gehen wir auch weiter zu parasite ev hier sieht man auf jeden fall auch schon mal hier jetzt hat man es gesehen typische gebrauchspur und sonst sieht es eigentlich so weit glaube ich ganz gut aus ich weiß es jetzt halt auch nicht mehr so genau deswegen gucken wir uns das jetzt mal zusammen an und prinzipiell sieht eigentlich ganz ordentlich aus wie gesagt bevor ich irgendwas weg schicke mache ich noch mal ein bisschen sauber mit mikrofasertuch ein bisschen sidolin keine ahnung falls ihr da noch mehr tipps habt oder so immer raus damit man lernt halt auch nie aus gerade wenn wenn es um ich nenne es jetzt mal hochwertige collectables geht am ende ist es ja auch so ne ich meine klar man kann sich einige videos angucken aber vielleicht hat jemand noch einen geheimtipp oder so klar kann man mit blaulicht und und was weiß ich was noch alles rumfummeln hier sieht man jetzt natürlich das ist natürlich der das schlimmste an der ganzen geschichte das war schon so aber ganz ehrlich hier sieht man auch dass es schon echt gut gelagert hat ne aber ganz ehrlich das spiel ist halt auch ultra selten oder halt auch verdammt teuer ne eins von beiden so klar man kriegt das meiste irgendwie schon aber man muss dann halt ordentlich in die in die tasche greifen das halt das halt der kleine unterschied ne und da bin ich echt zufrieden jetzt ne klar es wird keine banger bewertung das juckt mich aber auch ein scheiß direkt muss ich ehrlich sagen ne es geht mir auch nicht ums weiterverkaufen ich bin froh wenn ich eine schöne bewertung bekomme wenn es dann wenn es dann bewertet generell eingecased wurde ich mir gar keine sorgen machen muss dass damit irgendetwas passiert weil wie gesagt es kann halt schnell passieren dass irgendwas damit weiß ich nicht kann ja immer mal passieren wie gesagt klar sollte nicht passieren aber man kennt es ja der zufall der kommt und wirklich ne und dann hätten wir einmal das silentill hier habe ich auch schon mal einen preisaufkleber abgemacht ja nicht so ganz ordentlich gelungen hier sieht man die kleine Kante wo man ein bisschen anfangen musste man sieht hier ein paar snatchen und dätschen aber gerade bei pappe und so ist es halt noch ein bisschen empfindlicher wie auf dem case und die folie ist halt auch relativ empfindlich ne weil es ist halt nur diese übergestülpte scheiße hier sieht man auch so ein bisschen weiß jetzt nicht was man alles in der kamera genau sieht aber wie gesagt das spiel ist halt auch ultra teuer ich habe letzt mal eine auktion gesehen da ging das glaube ich für 700 euro weg oder so also ich weiß jetzt nicht wie der zustand jetzt da genau war ne aber ja ich finde es trotzdem im guten zustand von daher ich bin auf jeden fall echt froh dass ich dieses spiel auch in meiner sammlung jetzt habe dass damit erstmal nichts passiert wie gesagt ich halte es auch ganz gut und ich habe halt immer ein bisschen respekt davor ne dass das wirklich was passieren könnte und ja sollte man auch ich meine es kostet halt einen haufen kohle und das ist halt trotzdem ein gutes stück video spiel geschichte die relativ gut erhalten ist und ja also ganz ehrlich die spiele teils auch im perfekten zustand zu finden ist halt erstmal problematisch und halt wenn geld intensiv ne und ja was soll ich sagen ich bin auf jeden fall froh ich bin stolz darauf die sachen zu haben gerade silent hill 1 und 2 das sind auf jeden fall paar banger dinger jetzt fehlt mir eigentlich nur irgendwas im resident evil ich meine ich habe zwar 1 2 der dritte fehlt mir auch komplett egal aus welchem land oder whatever da muss ich noch mal gucken da wäre ich auch schon zufrieden dann hätte ich 1 2 3 ja gerne könnt ihr mir sagen was ihr von spielneide von dem zustand klar es ist nicht alles im perfekten zu oder nichts im perfekten zustand aber in einem optimalen zustand man muss es ja auch nicht gut reden oder schön reden und alles loben man muss ja mal realistisch drauf gucken aber ich bin trotzdem echt froh die sachen zu haben von daher ja würde ich sagen gerne könnt ihr das ding liken gerne kommentieren was ihr davon haltet was ihr vom zustand haltet oder ob es direkter crap miss ist wo ihr sagt okay passt schon von daher heute danke fürs zugucken gerne abonnieren liken kommentieren und dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder viel spaß noch und ciao